Servus! Habt ihr schon mal bei uns unter der Woche in die finnischen Blockhäuser geschlafen? Wenn nicht, dann machen wir das jetzt noch. Unter der Woche bei uns in Galien. Genießt die Ruhe, genießt die Natur, geht's wandern, geht's spazieren. Ein bisschen. Das Bier von der eigenen Brauerei, die Badwürstel sind heiß von der eigenen Landwirtschaft. Entspannt euch, macht euch aber einen schönen Tag unter der Woche, schlaft bei uns in die finnischen Blockhäuser, entspannt euch und kommt ein bisschen runter. Und das am besten bei uns in Galien. Bis bald, schaut vorbei!